Würdest du mit OnlyFans anfangen? Nein! Sonst hätte ich es doch schon längst. Ja, muss ja nicht sein. Doch, weißt du, wie viele Fake News es von mir gibt? Da hätte ich OnlyFans direkt voll viel Geld machen. Was? Wir haben beim Management einfach einen Anwalt, der tagtäglich Sachen löschen muss. Laber nicht. Kein Scheiß. Ich habe selber mal bei Reddit versucht zu sagen, ey, da werden Bilder von mir genommen, einfach barriere. Die so, nee, das bist du nicht. Ich habe mir ein Auswärtsblitschneid geschickt. Die so, na, not you. Ich will halt irgendwann Kinder haben. Und ich will nicht, dass meine Kinder auf einmal irgendwie Traumata bekommen, weil die ihre Mutter einfach nackt sehen. Oder die in der Schule gehänselt werden, weil die ihre Mutter einfach nackt gesehen haben. Ich will nicht mal meine Mom irgendwie nackt sehen. Nicht frontmäßig, aber ich will ja meine Mom einfach nicht nackt sehen. Ja, alles gut. Du kriegst 8 Millionen durch OnlyFans. Würdest du machen, ja oder nein? Nein. Ich schwöre, ich würde machen. Nein. Ich würde machen. Ich rede nur für mich. Guter Fragenfokus. Junge, mein Schatz, so ein guter Fragenfokus.